Der Klimawandel ist keine ökologische Krise. Der Klimawandel ist eine der zentralen globalen Gerechtigkeitskrisen. Weil der Klimawandel trifft immer diejenigen am meisten, die ihn am wenigsten ausgelöst haben. Mit Blick auf die Folgen des dramatischen Klimawandels ist es an der Zeit, nicht nur zu reden, sondern endlich konsequent zu handeln. Und vielleicht könnte das das Versprechen sein, dass Deutschland als Austragungsort der Präsidentschaft Fidschi in diesem Jahr 2017 gibt. Der Klimagipfel findet in Deutschland statt, obwohl die Präsidentschaft bei den Fidschi-Inseln liegt. Da wird schon erkennbar, wo die Widersprüche liegen könnten. Deutschland gehört mit zu den größten Verursachern des Klimawandels mit der Kohleverstromung, mit dem Riesenverkehrssektor usw. Die Fidschi-Inseln selber sind betroffen von diesem Klimawandel. Und es wird erkennbar, dass es hier unterschiedliche Wirtschaftsinteressen gibt. Das wird eine Rolle spielen bei den Verhandlungen, wie man die tatsächlich zurückdrängt und wie man deutlich macht, Klimawandel ist eine globale Aufgabe. Klimawandel geht alle an und inwieweit Deutschland tatsächlich bereit ist, das auch als Aufgabe für sich anzunehmen. So, und wenn man dann überlegt, wir sind ja in einer ziemlich aktuellen Situation. Trump hat den Ausstieg aus dem Klimaabkommen erklärt. Auch die USA spielt, was die Verursachung des Klimawandels angeht, eine sehr, sehr negative Rolle. wird auch das in der Diskussion sein, inwieweit es gelingt, tatsächlich wieder zu motivieren, zu mobilisieren dafür, dass etwas passiert in Sachen Klimawandel, dass man sich tatsächlich einigt auf Ziele, die abbrechenbar sind. Und das wird ja eine der wichtigen Aufgaben sein. Insbesondere nach Paris wird man darauf schauen, was passiert denn konkret. Das wird eine spannende Geschichte, inwieweit es gelingt tatsächlich die Interessen der gesamten Welt, nämlich der Sicherung der Existenzgrundlagen der gesamten Welt, inwieweit es gelingt, diese gegen die Wirtschaftsinteressen durchzusetzen. Das dürfte spannend werden. Die eigentlich wichtige Frage ist, was bei den Klimaverhandlungen in Bonn nicht auf der Agenda steht. Und zwar ist es unser kapitalistisches Wirtschaftsmodell, basierend auf den fossilen Brennstoffen, welches nachweislich zum Klimawandel beigetragen hat. Ich glaube, es ist schon eine große Errungenschaft, dass sich 2015 in Paris viele Länder, die meisten Länder dieser Welt, auf das Paris-Abkommen einigen konnten und sich zum Klimaschutz bekannt haben. Aber es ist noch viel zu tun. Wir merken, das Paris-Abkommen hat viele Schwächen. Zum Beispiel setzt es sehr stark auf CO2-Reduktionen, während der Klimawandel ja heutzutage schon viele Länder wie zum Beispiel Fidschi trifft. Und deswegen ist es auch eine Forderung der vom Klimawandel betroffenen Staaten, dass mehr Geld für ihre Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt wird. Also darum wird es in Bonn gehen. Dann wird es aber auch darum gehen, wie das Paris-Abkommen überhaupt umgesetzt wird. Das ist ja ein recht abstraktes Regelwerk, was jetzt konkretisiert werden muss. Und für uns eine der zentralen Thematiken sind klimabedingte Schäden und Verluste. Denn auch so Länder wie Fidschi, andere Inselstaaten, drohen komplett zu verschwinden, wenn der Meeresspiegel weiter steigt. Und dafür hat das Paris-Abkommen zwar ein Eingangstor geschaffen, aber dieser Mechanismus ist nach wie vor zu unterversorgt mit Ressourcen, mit konkreten finanziellen Zusagen. Und darum wird es auch in Bonn gehen. Schauen wir uns mal die Verhandlungen zu Jamaika an. Da sehen wir, dass insbesondere die Fragen, die sich mit Klimawandel und Klimaschutz beschäftigen, offenkundig ins Hintertreffen geraten. Aber nicht nur deswegen. Ich glaube, dass die Frage von Klimagerechtigkeit eine zutiefst linke Frage ist. Also die Verbindung tatsächlich von ökologischen Fragen mit sozialen Fragen, mit alternativer Wirtschaftspolitik, das ist eine Frage, die die Linke angehen sollte. Sie sollten endlich aufhören, oder wir als Linke sollten endlich aufhören, das Ganze nur als Öko-Umwelt, ein bisschen Naturschutz zu begreifen, sondern tatsächlich deutlich zu machen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Das durchzieht alle Bereiche der Gesellschaft bis hin zu Demokratiefragen, Eigentumsfragen usw. All die Fragen sind betroffen. Das zu erkennen, das zu leben, das zu integrieren tatsächlich in Programmatik, das ist eine wichtige Aufgabe, der wir uns endlich stellen sollten. Und die Stiftung ist gern bereit, dazu ihren Beitrag zu leisten.